Freunde der Technik, was kommt hier gerade bei uns in der Redaktion an? Ein Porsche und nicht irgendein Porsche, nein, das Porsche Design Book One. Und was es damit auf sich hat, gucken wir uns jetzt an. Ja, das ist es hier, also das Porsche Design Book One, oder eher gesagt der Karton, aber der interessiert uns eigentlich nicht. Deswegen will ich hier gleich mal gucken, was Porsche denn in der Computerbild schickt. Der 911er ist übrigens noch nicht da, aber immerhin hier schon mal ein relativ schweres Paket. Oh, ist das so edel, seht ihr das? Das ist ein schöner U-Karton. Will ich bloß nicht kaputt machen, so, ganz vorsichtig. Boah, das, ja das ist Porsche at its best. Und was da jetzt genau von Porsche ist, sehen wir. Oh, immer noch nicht, ich habe es auch noch nicht ausgepackt. Ah, so, da, oh ist das. So, das hier ist das. Das ist das Porsche Book One und nein, es handelt sich dabei nicht um einen Modellautosatz, es handelt sich auch leider nicht um einen 911er, den ich mir so gewünscht habe eigentlich. Es handelt sich dabei um ein Convertible. Und zwar so wie, ja, Porsche leibt und lebt. Also das ist hier tatsächlich ein Convertible, also ein normaler PC, sag ich mal, der, ja, letztendlich Microsoft Surface sparte, zum Beispiel im Surface Book von Microsoft so ein bisschen Konkurrenz machen soll. Und, ja, ich packe mal ganz kurz erstmal den Karton weg, weil das müssen wir uns erstmal wirklich angucken. Das ist wirklich richtig, richtig coole Technik. Also ihr seht das hier, oben richtig schönes, ja, Aluminium, hochwertig verarbeitet. Hier steht Porsche Design drauf, der Schriftzug. An der Seite komplett, ja, gebürstetes Aluminium, richtig, richtig edel. Dann habe ich hier hinten solche kleinen Zahnräder und solche Scharniere, die ineinander übergehen und einfach aussehen wie so ein Auspuff von einem 911er. Also richtig, richtig cool. Hier unten haben wir noch die Unterseite, hier haben wir noch so kleine Standfüße. Ja, und das hier ist also das Porsche Design Book One und nun will ich es natürlich mal aufklappen. Oder seht ihr, es handelt sich wirklich dabei um ein 2 in 1 Convertible. Das heißt, ich habe hier natürlich den PC, da ist die ganze Technik drin. Kann ich, also wenn ich es möchte, auch als, ich hoffe mal, dass ich die Scharniere jetzt hier nicht irgendwie, ich muss mir das mal angucken. Ich habe das in Barcelona auf dem Mobile World Congress bei der Vorstellung schon mal in der Hand gehabt. Ich kann es auf jeden Fall abmachen, werde ich auch gleich, versprochen. Ich kann es aber auch theoretisch 360 Grad drehen. Das heißt, ich kann es als Mal-Tablet benutzen. Ich kann mir, wenn ich möchte, Filme entsprechend anschauen. Ich kann es auch so halten. Also das ist wirklich eins der ersten Convertibles, wenn ich mich nicht täusche. Ihr könnt mich auch gerne berichtigen, was, ja, an dieser Preisklasse, wir reden hier von 2800 Euro, was sich wirklich komplett 360 Grad drehen lässt. Hat viele coole Einsatzzwecke, mir erschließen sie sich ehrlich gesagt nicht ganz. Aber es soll ja auch Leute geben, die mit sowas was anfangen können. Ja, und da steckt wirklich die feinste Technik drin. Also wir haben hier erstmal, ich mache es mal nebenbei ganz kurz an. Wir haben es ja extra nicht vorbereitet, wenn ich denn überhaupt weiß, wo man es hier anmacht. Das ist so, wenn man die Geräte erstmal bekommt und aufmacht. Ich hoffe, dass es hier richtig. Und hoffe, dass es auch angeht, dass Porsche mitgedacht hat und tatsächlich ein bisschen Restspannung im Notebook drin ist. Das ist aber nicht. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Ich wollte euch auf jeden Fall ein Unboxing zeigen, weil wir auch gleich gucken wollten, was da drin steckt. Ich kann euch auf jeden Fall verraten, was hier schon mal drin steckt. Und zwar haben wir hier ein 13,3 Zoll Display. Das ist QHD+, also das ist 3200 mal 1800 Pixel da drin. Und zwar nur in diesem Tablet-Teil. Hier unten ist ja nichts, weil das ja auch autark funktioniert. Hier haben wir noch einen i7-7500U, also wirklich die neueste Kaby Lake-Generation drin. Dann haben wir hier 16 GB Arbeitsspeicher. Wir haben einen 512 GB SSD drin. Wir haben eine Intel 620 Grafikeinheit drin. Leider keine dedizierte Grafikkarte an sich. Gut, das ist aber aus Platzgründen. Guckt euch das mal an. Das ist zusammengeklappt. 1,5 cm, also 15 mm dünn, sage ich. Dick will ich da jetzt gar nicht sagen. Ja, das ist da auf jeden Fall drin. Wir haben da wirklich also ein Monster. So wie man sich ein Porsche wirklich auch vorstellt. Auf der Überholspule ist also auch dieses Gerät. 2800 Euro sind natürlich eine Menge, Menge, Menge Holz. Aber dafür bekommt man auch einen richtig, richtig guten Gegenwert. Wollen wir uns mal ganz kurz die Anschlüsse angucken. Wir haben hier einmal einen USB Type-C Anschluss fürs Aufladen und einmal einen für die normale Verbindung. Dazu haben wir noch zwei USB 3.0 Anschlüsse. Handelsüblich, ganz normal. Hier haben wir einen SD-Slot. Und zwar müsste das für Micro-SDs sein, weil eine normale SD wird da auf jeden Fall nicht reinpassen. Dann haben wir auf der Seite, ja, eigentlich nur noch den Anschalter und einen Lock. Achso, hier haben wir noch einen Kopfhöreranschluss, sehe ich gerade. Hier haben wir die Laut- und Leiser-Taste. Ja, und das war es eigentlich auch schon fast. Das ist also das Porsche Design Book One. Und ja, was da noch so drin steckt, das will ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Natürlich, was man für 2800 Euro bekommen kann. Da bekommt man natürlich noch so einen richtig schicken Kugelschreiber. Nein, Kugelschreiber ist das nicht. Das ist ein kleiner Spaß gewesen. Das hier ist ein letztendlich digitaler Stift, auf dem ich ganz normal schreiben kann. Dementsprechend kann ich ja auch hier, wie gesagt, so damit arbeiten. Kann hier dann dementsprechend meine Notizen machen, ganz normal mitarbeiten. Und das Ganze verfügt über annähernd 2000 Druckpunkte. Das habe ich in Barcelona schon testen können. Wirklich, hat gut funktioniert. Auch echt spannend, diese Funktion zu nutzen. Gehen wir mal ganz kurz weiter, was hier noch so drin steckt. Weil für 2800 Euro muss man ein bisschen was erwarten. Hier ist auf jeden Fall das Netzteil samt USB Type-C Anschluss. Das hätten wir jetzt gut gebrauchen können. Dann hätten wir es nämlich einfach mal aufladen können. Werden wir aber ein Testvideo machen, versprochen. Dann haben wir hier noch einen Adapter. Und zwar Type-C auf HDMI. Das heißt, ich schließe den Type-C Anschluss einfach an. Können wir mal ganz kurz hier machen für euch. Und dann kann ich hier nämlich auch ein stinknormales HDMI-Kabel anschließen. Finde ich auch eine gute Sache, dass das dabei geliefert ist. Hier ist noch eine Batterie für den Stift. Das brauchen wir aber nicht weiter jetzt hier zu untersuchen, weil das Gerät ja eh nicht angeht. Und wir haben hier noch eine Anleitung. Und die sieht fast aus, also ich habe noch keinen 911er gekauft. Ich weiß nicht, wer von euch das alles schon geschafft hat. Sieht aber fast so ein bisschen aus wie so ein kleines Service-Heft vom 911er. Also diese Sprache, diese Design-Sprache zieht sich durch. Und das ist hier auch wirklich echt edel. Und nun möchte ich natürlich auch nochmal gucken, wie ich... Ihr seht das hier in diesen Zahnrädern. Das finde ich echt stark. Seht ihr das, wie die Zahnräder hier ineinander übergehen? So, richtig stark. Ich möchte das natürlich jetzt auch gerne einmal abziehen und ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts beschädige. Aber es ist ein... Ich kann es 2 zu 1 machen. Und nun ist natürlich die Frage, wie ich das abkriege. So, ich denke mal, hier ist dann irgendwo hier ein Scharnier. Ganz ehrlich, wir machen kurz eine Pause. Ich gucke mir mal, wie ich das abmache und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Versprochen. So, Thomas, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Und ich hoffe, die Zuschauer sind jetzt auch wieder dran. Jetzt kann ich, laut Anleitung zumindest, das Tablet nutzen an sich. Also nur den oberen Teil. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Hier habe ich natürlich erstmal die Stromversorgung dahergestellt. Und nun soll ich hier draufklicken können. Und ihr wisst ja, ich habe vorhin gezogen, wie sonst was. Ich konnte nichts abmachen. Jetzt drücke ich hier mal drauf und... Wollen wir mal gucken, hier Knopf reindrücken mit den Wurstfingern. Das ist gar nicht so leicht, ja. Das ist ja einfach. Ja, aber man sieht, es gibt auf jeden Fall eine mechanische Verriegelung, die aber noch durch Stromfluss erweitert wird. Das heißt, man kann das zumindest nicht einfach klauen. Das finde ich ja schon mal ganz löblich und dementsprechend auch dem Preis eigentlich gerecht. Nun will ich sagen, wenn wir hier schon ein Ladetkabel haben, dann warten wir doch mal ganz kurz, dass wir das obere Teil hier ganz kurz aufladen. So, und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt die Stromversorgung hergestellt und können zumindest einmal kurz erahnen, was das Porsche-Design so kann. Wiegt jetzt auch gar nicht so viel, wenn ich es im Tablet-Modus habe. Um die 750 Gramm. Der untere Teil wiegt auch nochmal so um den Dreh. Das heißt, ich komme ungefähr auf 1,5 Kilo. Ich habe die genauen Zahlen jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Wir müssen uns jetzt durchklicken hier komplett. Das will ich euch gerne ersparen. Aber was ich euch auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass der Bildschirm, das hatte ich auch in Barcelona schon gesehen, und das seht ihr auch, wenn wir hier mal genau gucken, dass der wirklich richtig gut ist. Also das ist ja feinste Technik, nicht nur hier drin, was die Hardware betrifft, sondern auch die Display-Technologie. Und was auch noch cool ist, hier ist Windows 10 Pro drin. Und hier oben haben wir eine biometrische Kamera. Das heißt, ich kann dort nämlich mich entsperren lassen, habe dadurch auch viele Sicherheitsfunktionen, was natürlich gut für Business-Anwender ist. Und Selfies kann ich damit auch noch machen, 5 Megapixel. Ja, und das war es auch. Das ist das Porsche Book One. Wer 2.795 Euro hat und nicht weiß, wohin damit, irgendwas mit Technik haben will, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten ist das natürlich eher ein Nischenprodukt, was hochwertig, wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist, was vollgespickt ist mit modernster Technik, was sich aber die wenigsten von uns verkaufen können. Ich kaufe mir lieber die Soundbar mit Porsche Auspuff.